Diese Objekte symbolisieren die dunkle Macht des Voodoo über den Menschen. Also Voodoo gibt Macht über die Toten und die Lebenden. Mit dieser Wurzel zum Beispiel kann man die Liebe eines Menschen erregen. Dies hier ist ein historischer Moment. Die Erweckung eines Untoten. Das Hühneropfer? Ist da der Kopf dabei? Stand mit Hals und Erein drauf. Die Asche eines Untoten. Erhöret uns und gebt Leben, wo Tod herrscht. Oh Mann ey, nach dieser ganzen scheiße Bäume anständige Asche. Mach weg, Alter. Irgendwas klemmt hier. Was bitte schön machen wir in einer Leichenhalle? Wir sind doch nicht tot. Wir haben einen Zettel am Zeh. Wir sind Zombies, weil wir mir mega stark sind und unaufhaltsam. Morgen. Mann, siehst du scheiße aus. Echt? Ich fühl mich aber super. Ja, ich auch. Zombie, 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 Zombie. Wie machst du das? Zehn Minuten ohne Luft holen. Alles in Ordnung? Ja, ich brauche Fleisch. Bist du völlig wahnsinnig geworden? Du kannst doch nicht unsere Leer treffen. Sag mal, bist du blöd? Wie neu. Was ist? Du guckst, als ob dir gleich ein Ei aus der Hose rollt. Was? Oh Gott, nein. Nicht schon wieder.